hi leute grüßt euch herzlich willkommen zu diesem video ihr seht es in der video beschreibung ich weiß ich soll es nicht machen weil ich ja bereits ein fünfer gezogen habe und ich ziehe selten zwei fünfer hintereinander aber das portal ist nur noch zehn stunden offen und irgendwie auch wenn da echt viel schrott drin ist also ich habe eine noah ich brauche keine noah ich habe die vierer alle hier die dreier ich habe ihn ich habe sie ihn okay ihn braucht man nicht zwingen milena wären natürlich nicht schlecht wir schauen uns ein bisschen was an die iris habe ich eine frieda der geil bald ohne alassi ohne kostüm theobald habe ich für den handwerden mit sicherheit geil ja er wenn natürlich krachern er wird ariel normalerweise würde ich in einen blau dann ariel machen aber wenn er dazwischen rutscht dann ist ganz klar er auf jeden fall finde habe ich quentin wer geil also ich weiß ich soll es nicht machen aber ja mein gott jetzt ist es so jetzt hauen wir hier noch mal drauf und machen zehn und dann freuen wir uns noch über eine kiste let's go und wir freuen uns über alles was da kommt amann also wenn schon fünfer lang super sieben noch jawohl almur gut haben wir schon fünf noch vier drei scheiße ja ich habe es gewusst eigentlich und noch ein morax jawohl okay dann nehmen wir die kiste hier noch mit ein eis eiter sehr schön nehmen wir natürlich mit leute das soll es gewesen sein danke fürs zuschauen haut rein bis dann grüße gehen raus an euch kriegs video folgt morgen